Samuel Kochs Liebster hat kurze Haare Zeit für was Neues, Samuel Kochs Liebster hat kurze Haare Nach Samuel Kochs, 30, rundem Geburtstag präsentiert sich seine Frau Sarah Elna, 32, mit einer neuen Frisur. Vor kurzem lächelte das glückliche Paar bei ihrem ersten Wissenbesuch noch in die Kameras. Eine traditionell anmutende Knotenfrisur und Jandl gehörten für die Schauspielerin zu dieser Veranstaltung anscheinend einfach dazu. Anschließend hieß es aber, die Haare müssen gleichmäßig ab. Mit einer modischen Bobfrisur zeigt sich derzeit auf ihren Sozial-Media-Kanälen. Unter ein Pick, auf dem sie zusammen mit ihrem Stühlisten zu sehen ist, schreibt die 32-Jährige stolz, wir haben es schon wieder getan. Nach den ganzen Heißwicklern und Glätteisen-Prozeduren bei den Festspielen haben meine Haare ganz schön gelitten. Da musste dringend was her. Auch wenn sie auf dem Bild noch nicht übers gesamte Gesicht strahlt, ist die gewürdige Braunschweigerin froh über die Veränderung. Ab damit! Zeit für was Neues! Wächst doch wieder, kommentiert die Sturm-der-Liebe-Darstellerin ihre Entscheidung. Es ist allerdings nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass sich Sarah für so einen Stühlingsschritt entscheidet, bereits im Januar führte sie schon einmal einen frischen Kurzhaarschnitt vor, der dem aktuellen sehr ähnlich sieht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017